Die Schlacht bei Raphia war die Entscheidungsschlacht des Vierten Syrischen Kriegs zwischen den Petolemeern von Ägypten einerseits und den Seleukiden von Syrien andererseits. Sie fand am 10. Shemui 217 v. Chr. statt. Die Oberbefehlshaber waren auf Seleukidischer Seite König Antiochos III. und auf ägyptischer Seite König Petolemius IV. Die Schlacht endete mit einem ägyptischen Sieg. Vorgeschichte Der 222 v. Chr. an die Macht gekommene Antiochos III. suchte als junger und dynamischer König Keulis Syrien zu erobern, das sich im Besitz der Petolemeer befand. Ernsthafte diesbezügliche Militäroperationen nahm er ab Anfang des dritten Perätmonats 219 v. Chr. auf. Dies bedeutete den Ausbruch des Vierten Syrischen Krieges. Da die ägyptische Seite dem Seleukiden König anfangs militärisch wenig entgegensetzen konnte, organisierte sie unter größtmöglicher Geheimhaltung eine einschneidende Heeresreform und massive Aufrüstung. Inzwischen vermied die petolemische Regierung eine definitive Schlacht, gewährte Antiochos III. C. errungene Eroberungen in Keulis Syrien und suchte durch Scheinverhandlungen den Krieg in die Länge zu ziehen. Als die Rüstungen abgeschlossen waren, machte sich der ägyptische König im dritten Kriegsjahr persönlich mit seinen Hauptstreitkräften auf den Weg zur entscheidenden Schlacht nach. Keulis Syrien Aufmarsch Pelusion diente dem Pharao als Sammelplatz für seine Armee. Auf dem Feldzug wurde er auch von seiner Schwester Gemahlin Asinö III. begleitet. Am 1. Chemui 217 v. C. h. r. verließ er Pelusion mit seinem Heer, zog nordwärts am Berg Kansion sowie an einer als Barathra bezeichneten Sumpfgegend vorbei und beendete seinen Vormarsch etwa an der Grenze seines Reiches. Als er einen 50 Stadien von Raphia entfernten Platz als Stützpunkt für den Kampf gegen Antiochos III. wählte, damit besaß Petolemius IV. den Vorteil, dass er sich den Schlachtort hatte aussuchen können. Der Seelöke den König hatte inzwischen Petolemi verlassen und war nach Gaza marschiert. Von dort zog er weiter zum nahegelegenen Raphia und schlug zunächst zehn Stadien vom gegnerischen Stützpunkt entfernt sein Lager auf. Später reduzierte er diese Distanz auf nur fünf Stadien, um einen geeigneteren Lagerplatz beziehen zu können. Zwischen den gegnerischen Armeen kam es zunächst nur zu Scharmützeln. Dann versuchte Theodotos von Aetolien, der von den Petolemern zu den Seelökeden übergelaufen war, den ägyptischen König im Morgengrauen in dessen Zelt zu ermorden. Doch er traf Petolemius IV. nicht an, tötete aber dessen Leibharzt Andreas und konnte anschließend unversehrt in sein Lager zurückkehren. Zusammensetzung und Aufstellung der Armeen Nachdem sich die feindlichen Truppen fünf Tage gegenüber gelegen hatten, entschieden sich die Könige zum Beginn der entscheidenden Schlacht. Das Heer des Petolemius IV. umfasste etwa 70.000 Infanteristen, 5.000 Kavalleristen und 73 afrikanische Kriegselefanten. Der ägyptische König übernahm persönlich den Oberbefehl über den gesamten linken Flügel seiner Streitkräfte. Am äußersten linken Flügel der petolemischen Truppen waren 40 Elefanten postiert. Dann folgten 700 königliche sowie 2.300 libysche und ägyptische Reiter unter dem Befehl des Polykrates von Argos. 2.000 von Knopias von Alloria kommandierte Kreta 1.000 unter dem Befehl des Philo von Knossos stehende Neo-Kreta. 3.000 auf das Kommando des Söldnerführers Eurylochos von Magnesia hörende Leibgardisten. 2.000 von Sokrates dem Boerter befehligte Peltasten sowie 3.000 von Ammonius von Baka geführte Lybia mit makedonischer Bewaffnung. Das Zentrum bildete die Pfahlangst die aus 25.000 von Andromachus von Aspendos und Petolemius dem Sohn des Thracis kommandierten. Makedonen bestand sowie erstmals in der Petolemer Geschichte aus einem 20.000 Mann starken Kontingent einheimischer Ägypter, deren Oberbefehlshaber der mächtige Minister Sosibius war. Anschließend an das Zentrum standen auf dem rechten Flügel zunächst 8.000 von Phucsidas von Melita geführte griechische Söldner, so dann 6.000 unter dem Befehl des Dionysius dem Thraker stehende Kelten und Thraker und 2.000 von Eschekates im Tesala kommandierte Kavalleristen. Vor der Reiterei des rechten Flügels befanden sich die 33 restlichen Elefanten. Die Armee des Antiochos III., der seinen rechten Flügel kommandierte, bestand aus 62.000 Infanteristen, 6.000 Reitern und 102 indischen Kriegselefanten. Die selökidischen Truppen postierten vor ihrem rechten Flügel 60 von Philipp, dem Adoptivbruder des Antiochos III., befehligte Elefanten. Hinter diesen standen 4.000 von Antipater, dem Neffen des Antiochos III., angeführte königliche Reiter. In Richtung zum Zentrum folgten 1.500 auf Eurylochos hörende Kreter, 1.000 unter dem Kommando des Zyllos von Gotten stehende Neo-Kreter und 5.000 von Hippolochos, dem Tesala, befehligte griechische Söldner. Anschließend waren 5.000 von Beitakos dem Makedonnen angeführte leicht bewaffnete aufgestellt, die aus den Völkerschaften der daher, Kamanir und Kilikir stammten. Dann kamen 10.000 nach makedonischer Sitte ausgerüstete und aus allen Teilen des Seelökidenreichs zusammengezogene Soldaten, die unter dem Befehl des Überläufers Theodotos von Äthulien standen. Die 20.000 Makedonen umfassende Phalanx im Zentrum war den Feldherrnikakos und Theodotos Himiolios untergeordnet. Dann folgten am linken Flügel zunächst 10.000 arabische und aus benachbarten Völkern stammende Soldaten unter dem Kommando des Zabdibelos sowie 5.000 Meder, Kisir, Kadusir und Kamanir, die auf Aspasianus den Meder hörten. Weiter links anschließend befehligte Menedemus aus Alabanda 2.000 agrianische und persische Bogenschützen und Schleuderer sowie 1.000 Trakar. Es folgten 500 lydische Speerwerfer und 1.000 Kartlkar, die unter dem Befehl von Lysimachus dem Kelten standen sowie 2.000 von Themissen kommandierte Kavalleristen. Vor dem linken Flügel waren 42 von Maiekos einem jungen Vertrauten des Seelökidenkönigs geführte Elefanten positioniert. Schlachtverlauf Zum Auftakt der am 18. Juni 217 v. Chr. abgehaltenen Schlacht ließen die verfeindeten Könige ihre Armeen Aufstellung nehmen. Dann ritten sie von den Kommandeurern der Falangen unterstützt die Reihen ihrer Streitkräfte entlang, ermunterten ihre Soldaten durch Anspornende reden und versprachen ihnen im Fall des Erfolges große Belohnungen. Dies betraf insbesondere die Kerntruppen der makedonisch bewaffneten Falangs auf deren Einsatz es für einen Sieg am meisten ankam. Nachdem Petolemius IV. und seine Schwester Asinö III. am Ende ihres linken Flügels sowie Antiochos III. mit seiner Reiterei am Ende seines rechten Flügels angekommen waren, ließen sie durch Signale den Kampf mit dem Vormarsch der Elefanten eröffnen. Es gelang der selökidischen Seite die afrikanischen Elefanten der Petolemer so zu erschrecken, dass sie sich gegen ihre eigenen Leute umwandten. Antiochos III. griff nun mit der Kavallerie auf seinem rechten Flügel die Reiter des Polykrates an und gleichzeitig attackierten die näher zur Falangs in der Mitte positionierten griechischen Söldner des selökiden Königs die gegnerischen Peltasten und drängten sie zurück. So wurde der linke Flügel der Ägypter zurückgeworfen. Der am rechten ägyptischen Flügel stehende Eschekrates befahl nun den griechischen Söldnern des Phucsidas den Angriff, die erfolgreich die arabischen und medischen Truppenverbände des Gegners in die Flucht schlagen konnten. Eschekrates und seinen Reitern gelang es gleichzeitig die Kavallerie von Antiochos linkem Flügel zu besiegen. Der noch unerfahrene Selökidenkönig fühlte sich durch seinen persönlichen Erfolg auf dem rechten Flügel bereits siegessicher, vernachlässigte jedoch die übrige Entwicklung des Kampfes. Da trat Petolemius IV., der in den Reihen seiner Falangsdeckung gesucht hatte, vor seine Truppen und ermunterte sie zu größerem Kampfeseifer. Jetzt erst kamen die Falangiten zum Einsatz. So Sibioso und Andromachus griffen die feindliche Falangs an und konnten sie schlagen. Dieser Erfolg entschied den Sieg zugunsten der Petolemeer. Antiochos III. hatte auf seinem siegreichen rechten Flügel die fliehenden Feinde zu weit verfolgt und kam zu spät auf das Hauptschlachtfeld zurück, um die Situation noch retten zu können. Er musste seine Niederlage eingestehen und zog sich zunächst nach Raphia, dann nach Gaza zurück. Petolemius IV. bestattete seine Gefallenen ehrenvoll und gab auch dem geschlagenen Gegner die Erlaubnis, das Gleiches mit dessen Kriegstoten zu tun. Laut den von Polybius angeführten Zahlen hatte Antiochos III., 10.000 Infanteristen und 300 Reiter verloren und 4.000 seiner Krieger waren in Gefangenschaft geraten. Die Verluste des Petolemeer-Königs beliefen sich auf etwa 1500 Infanteristen und 700 Kavalleristen. Des Weiteren gibt Polybius an, dass 16 Elefanten des Pharaos an den Kriegsfolgen gestorben und fast alle anderen vom Gegner erbeutet worden seien, während der Seelöke den König nur fünf Rüsseltiere eingebüßt habe. Demgegenüber behauptet das Raphia-Dekret, dass alle Elefanten des Antiochos III. in die Hände des Petolemeer-Königs gefallen wären. Diese Angabe hält der Althistoriker Werner Huss für wahrheitsgemäß und glaubt, dass Polybius seine Quelle falsch wiedergegeben habe. Folgen Nach der Schlacht von Raphia blieb Petolemius IV. Noch drei Monate in Keule Syrien ordnete dort die Verhältnisse nach seinen Vorstellungen und plünderte, als ihm die Verhandlungen mit Antiochos III. zu schleppen verliefen einige seleukidische Städte. Im daraufhin in Antiochia abgeschlossenen Frieden begnügte sich der Petolemeer-König im Wesentlichen mit der Beibehaltung des Status quo, so dass der Grenzverlauf vor dem Krieg weitgehend wiederhergestellt wurde. Dann kehrte der Pharao Triumphal nach Alexandria zurück. Da die Ägypter aber wesentlich zum Sieg Petolemius IV. beigetragen hatten, steigerte sich ihr Nationalbewusstsein deutlich.